Hazard Sa'd bin Abi Bagas, wie Allahou an Hu überliefert, dass Herr Hazard Musab in Komfort gesehen hat, aber auch in der Zeit, als er Muslim wurde und sehr viele Schmerzen ertragen musste. Er hat gesehen, dass durch Folter seine Haut so sehr verdorben war, dass sie Ähnlichkeiten aufwies wie die Haut einer Schlange, wenn sie sich häutet. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Er ist wohlhabend und gut aussehend. Er kommt aus einer behüteten Familie und genießt großen weltlichen Komfort. Er kauft die hochwertigste Kleidung und benutzt ein sehr wertvolles Parfüm. Ein angenehmes Leben, welches man nicht einfach so aus der Hand geben möchte. Doch er tut es. Für den Glauben. Für Allah. Er ist der erste Missionar des Islam. Als er den Märtyrer totstirbt, ist nicht einmal ein großes Tuch vorhanden, damit man ihn zudecken kann. Bedeckt man die Füße, so wird der Kopf frei. Bedeckt man den Kopf, so werden seine Füße sichtbar. Schlussendlich wird durch die Anweisung des heiligen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, der Kopf mit Stoff und die Füße mit Grashalmen bedeckt. Wer ist dieser Mann, der alles aufgibt und alle Erschwernisse auf sich nimmt, um einzig und allein die Botschaft Allahs zu verkünden? Es ist ein Gefährte des heiligen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, mit dem Namen Hazard Musab bin Umair, radhiallahu anhu. Hazard Musab bin Umair gehörte einem Stamm der Quraysh an. Seine Mutter war eine sehr wohlhabende Frau in Mekka. Er wurde von seinen Eltern geliebt und wohlbehütet aufgezogen. Er heiratete Hamna bin Tajahash. Sie war die Schwester der geehrten Ehefrau des heiligen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, Hazard Zanab bin Tajahash. Wann immer der heilige Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, sich an Hazard Musab bin Umair erinnerte, sagte er, Ich habe keine Person außer Musab gesehen, die so schön und wohlhabend war. Begebenheiten nach der Konversion zum Islam Die Muslime, die in Dari Erkam den Islam angenommen haben, gehörten zu den Ersten. Auch Hazard Musab bin Umair war einer von ihnen. Er nahm den Islam im jungen Alter an. Indes hielt er seinen Glauben vorerst noch geheim aufgrund der Furcht vor Gegnerschaft seiner Mutter und seines Volkes und traf sich im Verborgenen mit dem heiligen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Doch er wurde gesehen. Einmal sahen Usman bin Dallah beim Gebet und informierte seine Mutter und seine Familie dann gehörig. Seine Eltern waren erzürnt, dass er diesen neuen Glauben angenommen habe. Sie hielten ihn fest und schlossen ihn ein. Er konnte jedoch entkommen und wanderte nach Abyssinien, dem heutigen Äthiopien, aus. Diese Auswanderung einiger Muslime nach Abyssinien erfolgte nach der Anweisung des heiligen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Daher sind im Monat Rajib, im fünften Jahr des Prophetentums, elf Männer und vier Frauen nach Abyssinien ausgewandert. Unter ihnen auch Hazard Musab bin Umair. Nach einiger Zeit kehrten einige muslimische Auswanderer aus Abyssinien nach Mekka zurück und auch Hazard Musab bin Umair kehrte zurück. Als seine Mutter nun sah, dass er einen sehr starken Glauben hatte und nicht davon ablassen wollte, beendete sie ihre gegnerische Haltung. Er erhielt die Ehre zweimal an einer Auswanderung beteiligt zu sein. Er ist zuerst nach Abyssinien und danach nach Medina ausgewandert. Über die Auswanderung nach Abyssinien schreibt Hazard Mirza Bashir Ahmed, radiyallahu anhu, der Sohn des verheißten Messias alayhi wa sallam und Autor des Buches Sidat Khataman Nabiyyin unter anderem folgendes. Es ist eine erstaunliche Sache, dass die Mehrzahl dieser Auswanderer aus den Stämmen der Quraysh abstammten, die eine große Macht besaßen. Es waren weniger bedürftige Personen. Dadurch werden zwei Sachverhalte ersichtlich. Erstens, dass diejenigen, die den mächtigen Stämmen der Quraysh angehörten, ebenfalls nicht von der Grausamkeit verschont blieben. Zweitens, dass schwächere Personen, beispielsweise Sklaven, in einem solch elenden Zustand waren, dass sie nicht die Kraft besaßen, auszuwandern. Hazard Sa'd bin Abi Bagas, radiyallahu anhu, überliefert, dass Herr Hazard Musab in Komfort gesehen hat, aber auch in der Zeit, als er Muslim wurde und sehr viele Schmerzen ertragen musste. Er hat gesehen, dass durch Folter seine Haut so sehr verdorben war, dass sie Ähnlichkeiten aufwies wie die Haut einer Schlange, wenn sie sich häutet. Einmal kam Hazard Musab zum heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, als er mit den Gefährten zusammensaß. Das Gewand von Hazard Musab war mit Lederstücken zusammengebunden. Nach einer wohlhabenden Zeit vor dem Islam war nun dies sein Zustand, dass Lederknoten sein Gewand zusammenhielten. Als die Gefährten ihn sahen, senkten sie den Kopf. Sie waren nicht imstande, diese Veränderung in seinen Verhältnissen mit anzusehen. Hazard Musab sprach den Friedensgruß. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, antwortete darauf und pries Gott. Er sagte, Alhamdulillah, aller Preis gebührt Allah. Die weltlichen Menschen sollen die Welt erhalten. Ich habe Musab zu jener Zeit gesehen, als in der Stadt Mekka niemand wohlhabender war als er. Er war das liebste Kind seiner Eltern. Die Liebe zu Gott und seinem Propheten hat ihn zu diesem Zustand gebracht. Er hat für das Wohlgefallen Allahs alles aufgegeben. In einer anderen Überlieferung erfahren wir sogar, dass die Augen des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, Tränen vergossen. Als er Hazard Musab sah, da er sich an seinen früheren Zustand erinnerte und an seine außergewöhnliche Opferbereitschaft. Der erste Missionar Als die Bewohner von Medina über den Islam erfuhren und einige von ihnen den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, trafen und seine Wahrhaftigkeit anerkannten, haben sie bei ihrer Rückkehr ihrem Volk berichtet, dass der Prophet, der von den Juden erwähnt und erwartet wurde, in Mekka geboren ist. Sie erwähnten die Lehre des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, unter ihren Freunden und Verwandten. Zu dieser Zeit waren zwei arabische Stämme in Medina beheimatet, Aus und Khazraj. Des Weiteren drei jüdische Stämme, Banu Kureza, Banu Nazir und Banu Kernka. Die Stämme Aus und Khazraj waren lange Zeit untereinander verfeindet. Banu Kureza und Banu Nazir waren auf der Seite von Aus und Banu Kernka war mit den Khazraj verbündet. Nach langer Zeit der Feindschaft entstand allmählich der Wunsch, dass man sich untereinander versöhnen und in Frieden zusammenleben sollte. Bei der nächsten Pilgerfahrt wurde eine Delegation aus Medina nach Mekka gesandt. Als diese Delegation mit dem heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, zusammentraf und sich mit ihm unterhielt, nahmen sie den Glauben an und legten das treue Gelübde ab. Da in Mekka eine große Gegnerschaft herrschte, hat das Treffen verborgen von den Mekkanern in einem Tal stattgefunden. Auch das treue Gelübde, das Berd, fand dort statt. Es wird als Berd der Akbar bezeichnet. Akbar bedeutet so viel wie ein Tal oder ein Berg, der schwer zu durchqueren ist, beziehungsweise ein schwieriger Gebirgsfahrt. In der ersten Berd der Akbar haben zwölf Personen aus Medina an der Hand des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, das Berd abgelegt. Als diese Personen zurück nach Medina gehen wollten, hat der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihrer Bitte entgegenkommend, einen Lehrer mit zu entsenden, Hazat Musa bin Umar, mit ihnen gesandt, damit er ihnen den heiligen Koran beibringe. Ferner, dass er ihnen die Lehre des Islam erklärt. In Medina wurde er unter anderem mit dem Namen Mukbadi bekannt. Mukbadi bedeutet so viel wie Lehrer. Er kam in Medina an und begann sofort mit der Aufgabe, die Botschaft des Islam zu erklären und zu verkünden. Hingebungsvoll und voller Opferbereitschaft widmete er sich diesem einen Ziel, die Einheit Gottes zu verkünden. In Medina verweilte er im Haus von Hazat Asad bin Zorara. Er war der erste Muslim in Medina und ein sehr demütiger, weiser und einflussreicher Mann. Und dieses Haus machte er zum Zentrum der Bemühungen, die Botschaft zu verkünden. Er erfüllte auch die Aufgabe, die Gebete zu leiten. Die Muslime hatten nun in Medina ein friedliches Leben und deshalb auf den Vorschlag von Hazat Asad bin Zorara wies der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Hazat Musab an, das Freitagsgebet zu leiten. Er war also der Erste, der in Medina die Freitagsgebete leitete. Beim ersten Freitagsgebet waren zwölf Personen anwesend und bei dieser Gelegenheit schlachtete er eine Ziege. Es gibt jedoch auch eine andere Überlieferung, in der erwähnt wird, dass Hazat Asad bin Zorara der Erste war, der das Freitagsgebet in Medina leitet. Kurzum, somit begann das gemeinschaftliche Leben der Muslime und es zeigte sich die Gnade und der Segen Gottes auf solch starke Weise, dass bereits in kürzester Zeit der Islam sich in Medina ausbreitete und sehr viele junge Menschen die Botschaft akzeptierten. An manchen Tagen konvertierte ein gesamter Stamm zum Islam. So ist auch der Stamm Banu Aschel als gesamte Einheit zum Islam konvertiert. Dieser Stamm, der Ansar, war ein besonderer Teil des Stammes Da'os und der Name des Anführers war Hazat Sa'd bin Moaz, der nicht nur das Oberhaupt vom Stamm Aschel war, sondern auch das Oberhaupt des gesamten Stammes Da'os. Die Konversion von Hazat Sa'd bin Moaz, als in Medina der Islam bekannt wurde, missfiel diese Tatsache Hazat Sa'd bin Moaz und er beabsichtigte, diese Entwicklung aufzuhalten. Hazat Asad bin Zorara war mit ihm verwandt, beide waren Cousins und Hazat Asad war bereits Muslim. Deshalb hielt sich Hazat Sa'd bin Moaz zurück und wollte ihn nicht persönlich konfrontieren, um einen Disput in der Verwandtschaft zu vermeiden. Aus diesem Grund sandte er einen anderen Verwandten, Hazat Usa'd bin Uzair, zu Hazat Moaz ab, um ihn aufzuhalten, seiner Arbeit nachzugehen. Er solle ihnen ausrichten, dass diese Ungläubigkeit nicht unter den Leuten verbreitet werden soll. Hazat Usa'd war ein einflussreicher Anführer aus dem Stamm Aschel. Er ging nun zu Hazat Moazab und Hazat Asad und in einer zornigen Haltung sagte er Hazat Moazab ansprechend, »Wieso bringst du unsere Leute vom Glauben ab? Du sollst damit aufhören, sonst wird es dir nicht gut ergehen.« Hazat Moazab bat ihn mit viel Liebe und einer höflichen Art, sich zu setzen und in Ruhe sich anzuhören, was er zu sagen habe. Je nach kann er sich eine Meinung bilden, wenn er die Botschaft vernommen hat. Hazat Usa'd stimmte zu und setzte sich. Hazat Moazab trug ihm den heiligen Koran vor und in einer sanften und liebevollen Art unterrichtete er ihn über die islamische Lehre. Hazat Usa'd zeigte sich davon derart begeistert, dass er unverzüglich zum Islam konvertierte. Anschließend sagte er, dass er den Stammesführer, also Hazat Sa'd bin Moaz, bitten werde, sich auch diese Botschaft anzuhören. Hazat Sa'd bin Moaz kam zu ihnen und er war nicht wohlgesinnt. Doch Hazat Moazab beruhigte ihn mit derselben Liebe und Milde, wie er es zuvor mit Hazat Usa'd getan hatte. Er sagte, »Nehmen Sie eine Weile Platz und hören Sie, was ich zu sagen habe.« Und wenn darin eine Sache zur Kritik anregt, so verwerfen sie diese Botschaft. Hazat Sa'd akzeptierte dies und Hazat Moazab rezitierte genauso zuerst den heiligen Koran und danach erklärte er in seiner Art den Islam. Es war noch nicht viel Zeit vergangen, dass Hazat Sa'd bin Moaz von der Lehre fasziniert war. Er wusch sich gemäß der Praxis des Propheten und sprach das Glaubensbekenntnis aus. Anschließend gingen Hazat Sa'd bin Moaz und Hazat Usa'd bin Usa'd gemeinsam zu ihren Stammesmitgliedern und überbrachten ihnen die Botschaft. Es war noch nicht die Nacht über jenen Tag eingebrochen, dass der gesamte Stamm zu Muslimen geworden ist. Hazat Sa'd und Hazat Usa'd haben selbst mit ihren Händen die Götzen ihres Stammes zerstört. Beide, die an jedem Tag zu Muslimen geworden waren, werden zu den höchsten Gefährten gezählt. Hazat Misa Bashir Ahmad r.a. schreibt, dass sie beide unter den Ansar eine hohe Stellung inne hatten. Besonders Sa'd bin Moaz wurde unter den Ansar aus Medina der Rang zuteil, den Hazat Abu Bakr r.a. unter den Muhajirien aus Mekka hatte. Hazat Musa bin Umar ist seiner Aufgabe mit voller Hingabe und Opferbereitschaft nachgekommen. Er hatte diese Überzeugung und dieses Feuer in sich, welches er auch in anderen entfachte. Auch heute stehen wir vor dieser gewaltigen Aufgabe, die Botschaft des Islam bzw. des verheißenen Messias a.s. an die Menschen zu überbringen, die Menschen über die Einheit Gottes aufzuklären. Die Gefährten sind Vorbilder für uns. Es ist notwendig, dass wir unsere Selbstreform voranbringen, jede kleine Anweisung des Kalifen der Zeit folgen und den Menschen die Botschaft des Islam mit Hingabe, auf einer schönen Art und mit Gebeten überbringen, so dass die Herzen der Menschen erleuchtet werden. So, wie es im Heiligen Koran heißt, rufe auf zum Weg deines Herren mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art. Das Martyrium Hazat Musa bin Umar hat an der Schlacht von Badr und Ohud teilgenommen. Die Flagge der Muhajirien war in den Schlachten von Badr und Ohud in der Hand von Hazat Musa bin Umar. In der Schlacht von Ohud starb er den Märtyrer tot. Er kämpfte bis zum Schluss und hielt die Flagge stets hoch, auch als seine Arme abgetrennt wurden. Hazat Chabba bin Ard sagt, Wir wanderten mit dem Heiligen Propheten Sallallahu alayhi wa sallam aus, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen und seine Belohnung zu erhalten. Unter uns sind auch solche, die gestorben sind und keine Teilhabe in diesem Leben an ihrem Lohn erfahren haben. Unter diesen gehörte auch Hazat Musa bin Umar. Hazat Musa ist in der Schlacht von Ohud, den Märtyrer tot gestorben. Wir haben nur ein Tuch gefunden, worin wir ihn einhüllten. Als wir seinen Kopf bedeckten, zeigten sich seine Füße. Und wenn wir seine Füße bedeckten, so wurde sein Kopf sichtbar. Der Heilige Prophet Sallallahu alayhi wa sallam wies uns an, dass wir seinen Kopf bedecken sollen und auf seine Füße Kamilgras legen sollen. Bei seinem Martyrium war Hazat Musa bin Umar etwas älter als 40 Jahre. Nachdem die Schlacht geendet hatte, stellte sich der Heilige Prophet Sallallahu alayhi wa sallam neben der Leiche von Hazat Musa ab und rezitierte einen Vers aus dem Heiligen Koran. Dessen Übersetzung lautet, Daraufhin sprach er die Gefährten an und sagte, Hazat Musa besaß einen besonderen, heiligen Rang als Gefährte des heiligen Propheten Sallallahu alayhi wa sallam. Die Reaktion seiner Ehefrau Als der heilige Prophet Sallallahu alayhi wa sallam nach der Schlacht von Uhud nach Medina zurückkehrte, traf er die Gattin von Hazat Musa bin Umar, Hazat Hamna bin Jahash. Die Menschen gaben ihr die Nachricht vom Märtyurertod ihres Bruders, Hazat Abdullah bin Jahash. Daraufhin sprach sie, Wahrlich, wir gehören Allah, und zu ihm kehren wir zurück. Und sie betete für ihn um Vergebung. Dann gaben ihr die Menschen die Nachricht vom Tod ihres Onkels. Daraufhin sprach sie, Wahrlich, Allah gehören wir, und zu ihm kehren wir zurück. Und sie betete für ihn um Vergebung. Danach gaben die Leute ihr die Nachricht vom Tod ihres Ehemannes, Hazat Musa bin Umar. Dies löste einen kurzzeitigen Schock aus, und sie begann zu weinen. Daraufhin sagte der heilige Prophet Sallallahu alayhi wa sallam, Für die Frau hat ihr Ehemann einen besonderen Rang und eine besondere Stellung inne. Sie war ebenfalls besorgt um ihre Kinder. Der heilige Prophet Sallallahu alayhi wa sallam sprach das folgende Gebet für die Kinder von Hazat Musa bin Umar. Das Gebet des heiligen Propheten Sallallahu alayhi wa sallam wurde erhört. Dies war das Leben des Gefährten Hazat Musa bin Umar. Diese Menschen haben ihr Leben für das Wohlgefallen Gottes verbracht und ihre Seelen für das Jenseits vorbereitet. Sind unsere Leben ebenfalls nach dem Wohlgefallen Gottes ausgerichtet und versuchen wir auch, unsere Seelen für das immerwährende Leben im Jenseits vorzubereiten.